Also, ein wunderschönes Bond-Jörnchen, liebe Platten-Fans. Wir sind die Band-Milliarden aus Berlin. Hi Manni, das ist Manni, der beste Trucker der Welt. Wir sind die Band-Milliarden und wir unterstützen die Plattenwoche, weil große Teller sind immer noch besser als kleine Schalen. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sind die Band-Milliarden und wir unterstützen die Plattenwoche, weil wir finden, dass Platten immer noch das geilste musikalische Medium sind, das sich am geilsten anhört und auch noch unbedingt weiterleben muss. Das Knacken in der Rille. Das Knacken in der Rille ist sozusagen unser Markenzeichen, haben wir uns gedacht. Wir knacken jede Rille, das Knacken in der Rille. Ich nehme jetzt meine Pille.